Guten Tag, willkommen im Hotel Zeritzene. Ich heiße Irina. Sie wünschen bitte? Ich möchte in Ihrem Hotel bleiben. Haben Sie Zimmer frei? Ja, wann möchten Sie bei uns bleiben? Ich möchte von heute bis zum 12. Februar. Moment. Moment. Ich kann Ihnen ein Luxuszimmer empfehlen. Es hat zwei Zimmer. Ein Schlafzimmer und ein großes Wohnzimmer mit Schreibtisch. Und auch ein luxuriöses Badezimmer. Der Schreibtisch ist sehr gut. Ich bin hier dienstlich und brauche den Platz für meine Arbeit. Ja, in allen unseren Zimmern steht Ihnen zur Verfügung moderne Technik. Einen Flachbildfernseher, regulierbare Klimaanlage, Telefon und kostenfreies Wahn. Ich bin allein. Gibt es einen Zuschlag für Einzellnutzung des Doppelzimmers? Ja, 40% des jeweiligen Zimmerpreises. Gut. Möchten Sie im Zimmer ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten haben? Besser ein Doppelbett. Wir haben eine tapetische Kiesse für Ihre Bequemlichkeit. Sehr angenehm. Kann ich auch einen Bademantel und Pantoffeln bekommen? Und einen Aschenbecher bitte. Es tut mir leid, aber in unserem Hotel darf man nicht rauchen. Wir haben nur Nichtraucherzimmer. Schade. Aber Bademantel und Pantoffeln haben wir in allen unseren Zimmern kostenlos. Ja, gut. Dann nehme ich das Zimmer. Geben Sie mir bitte Ihren Pass. Ich muss noch das Formulär ausfüllen. Hier bitte. Dankeschön, Frau Grossmann. Unterschreiben Sie bitte hier. Dankeschön. Hier ist Ihre Schlüssel. Zimmer Nummer 24. Es liegt im zweiten Stock. Der Fahrstuhl ist um die Ecke links. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel. Danke. Danke. Vielen Dank.